Feiern Sie als Weihbischof und Westerwälder eigentlich den rheinischen Karneval? Diese Frage setzt ja schon eine steile Behauptung voraus, nämlich dass Westerwälder und Weihbischöfe zunächst mal nichts mit Karneval zu tun haben. Also Westerwälder sind frohe Menschen. Der Westerwald liegt ja zwischen den Hochburgen Köln und Mainz. Und die Westerwälder vereinen eigentlich das Gute von beiden Hochburgen. Also wir können in Westerwälder sehr gut Karneval feiern. Ja, als Weihbischof feiere ich auch Karneval, denn Karneval ist eigentlich ein christliches Fest. Natürlich nicht in diesem Sinne ein kirchliches Hochfest, aber es setzt eigentlich den kirchlichen Kalender voraus. Denn ohne Aschermittwoch und die folgende Fastenzeit gäbe es nicht die Karnevalszeit vorher. Also man darf auch ruhig Karneval feiern. Aber ich würde empfehlen, so zu feiern, dass man sich auch noch am Aschermittwoch gerne daran erinnert.